Schönen guten Abend, liebe Trader und Investoren, alle Krypto-Begeisterten, ich grüße euch. Wir haben es Montag, 11. Juli, die Zeit 18.30 Uhr. Hier ist Thomas Jansen, euer InvestorGuard und ja, ich melde mich zurück nach ein paar Tagen Urlaub und ja, nach ein bisschen Restrukturierung in Richtung Ende des dritten Quartals. Ja, jetzt sind wir hier im zweiten Halbjahr und Zeit für uns, um uns ein bisschen auszutauschen, beziehungsweise ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in meine Sicht zum Bitcoin und damit starten wir jetzt mal in diesem kurzen, kompakten Video-Update. Also wir werden auf der einen Seite hier ein bisschen über die Elliott Wave Situation sprechen und dann über das, was nicht nur preislich vor uns liegt, sondern was auch zeitlich eine Roadmap sein könnte. Ja, also wir starten mal direkt rein in die aktuelle Situation. Ich habe hier meine Variante 1 aus der übergeordneten Wellenzählung. Nach wie vor, das ist die Ansicht, die ihr alle kennt von mir, gehe ich davon aus, dass wir bei 69.000 US-Dollar hier im Bitstamp eine übergeordnete Welle 1 beendet haben. Ja, seitdem es den Bitcoin gibt, hat sich eine fünfteilige Welle nach oben entwickelt. Wir hatten eine ausgeprägte negative Divergenz bei 69.000 US-Dollar und seither korrigiert der Markt in großen Schwüngen abwärts und weil wir hier eine relativ starke Ausprägung haben, ist diese Variante 1 bei mir nach wie vor on vogue. Ja, natürlich gibt es auch andere Zählungen. Wir kennen ja all diese Möglichkeiten, Expanded, Flat etc. Das ist bei mir allerdings nicht die Variante 1, sondern irgendwo eine weitere Variante, die halt verfügbar ist. Ja, aber ich bin der Ansicht, dass wir hier in einer ausgeprägten Korrektur laufen. Also der Bitcoin hat jetzt zum ersten Mal auch unter Last eine etwas stärkere Bewährungsprobe. Also all die Dinge, die hier 2018, 2019 gelaufen sind, sind wirklich mehr so Status Kindergarten gewesen, auch von dem Volumina her. Jetzt sieht die Situation ein bisschen anders aus. Der Bitcoin war gewachsen in der Zwischenzeit und einige hundert Milliarden wert. Ja, also das ist ein Asset, das wahrgenommen wird von auch den größeren Anlegern. Und naja, jetzt muss man halt mal gucken, inwieweit sich dieses Asset, inwieweit sich der Bitcoin hier auch in einem Sturm als resilient bewährt, um das mal so auszudrücken. Also, um da ganz kurz einzusteigen in das Thema. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir hier ordnungsgemäß in einer Supercycle Welle 2 abwärts laufen. Ja, das ist der Wellengrad, den ich hier gewählt habe. Nachdem das Golden Pocket im Bereich 26.000, 24.000 Dollar nicht verteidigt werden konnte, ging es dann eine Etage runter. Und das nächste Niveau ist dann hier unten das 0,764 Retracement, gefolgt von dem 0,85 Retracement. Ja, also wir haben hier im übergeordneten Chart die nächsten Levels bei 16.284 und bei 10.350, um das hier auch mal so zu benennen. Ja, aber ganz grundsätzlich rechne ich damit, dass wir diese große Welle 2 zum Abschluss bringen werden und ein wichtiges Tief markieren und uns dann auch mal in eine Bodenbildungsphase begeben, inklusive anschließendem Breakout. Ja, und wir wollen jetzt und die Ziele, die sich dann auf der Oberseite ergeben, dafür muss man hier ein Fibonacci Extensions Level anlegen. Ja, also das sind jetzt keine herbeigerechneten, herbeigezauberten Levels vom Investor Guard, sondern das ist einfach Fibonacci Basics. Ja, also wenn wir hier unten beispielsweise in diesem Areal einen Tiefpunkt markieren, dann haben wir die Möglichkeit hier in Richtung 130 bzw. sogar 200.000 US-Dollar nach oben zu laufen. Ja, wenn der Markt hier richtig impulsiv in eine dynamische Mittelwelle 3 nach oben startet. Ja, was dafür notwendig ist und wie lange das Ganze dauern wird, das können wir im Augenblick nicht sagen. Ja, davon hängen verschiedene Faktoren ab, aber ich möchte trotzdem mit euch mal den aktuellen Stand beleuchten und euch zeigen, wo wir denn stehen und dafür gehen wir jetzt dann mal rüber in die Struktur, in die Abwärtsstruktur, die wir haben. Ja, ich habe hier jetzt einmal zwei Linien für euch präpariert, ja, die ich relativ spannend finde. Also die erste Linie ist natürlich hier unsere kardinale Abwärtstrend Linie. Ja, das ist das Hoch bei 69.000 US-Dollar. Also jetzt kann man es auch gut sehen. Bei 69.000 US-Dollar. Ja, wir haben hier das zweite Top von Ende März, ja, bei 48.234 und daraus ergibt sich diese Abwärtstrend-Linie. Ihr könnt diese Abwärtstrend-Linie relativ einfach tracken, ja, über eine Unterstützungs- bzw. Widerstandslinie. Ich lege sie immer exakt auf dieser Linie an, ja, weil dann weiß ich, wo sich diese Linie momentan befindet, ja. Also aktuell sind wir hier in dieser Woche irgendwo bei 32.000, ja, und wir können jetzt zum Beispiel dann im weiteren Verlauf mal prüfen, wie dieser Wert hier nach unten kommt, ja, und wann es vielleicht auch irgendwo zu einem Breakout kommt. So, auf der Oberseite haben wir jetzt also mal eine sehr, sehr wichtige Linie definiert, ja. Auf der Unterseite ist das momentan ein bisschen schwieriger, in Anführungszeichen, solide Linien zu finden. Ich habe euch hier jetzt mal eine inverse Unterstützungslinie herbeizitiert, in Anführungszeichen. Also alle, die mich kennen aus den Mentorings oder aus meinen Programmen, die wissen, dass im Bereich Linien und Kanäle alles möglich ist und dass wir hier durchaus auch ein bisschen Spiel haben, um das mal so auszudrücken, ja. Also wir können hier durchaus mit verschiedenen Linien mal probieren und auch operieren. Also wir haben beispielsweise, wenn wir uns diese abwärtsgerichtete Linie einmal anschauen, verschiedene Möglichkeiten, ja. Wir haben zum Beispiel hier einen Unterstützungscharakter gehabt, ja. Wir sehen das hier, Top 1, Top 2. Das war eine Breakout-Linie, die uns dann ins neue Allzert hochgeschickt hat. Und die hat hier einmal, zweimal, dreimal, also es hat immer wieder Kämpfe gegeben im Umfeld dieser Linie, ja. Hier ist der Markt dann nach unten weggeknickt unter diese Linie, hat hier Widerstand bekommen und wurde dann erneut abverkauft. So. Was ich dann gerne mache, ist, ich gehe hierher und adjustiere den zweiten Ankerpunkt dieser Linie auf extremer, beispielsweise auf dieses Tief, ja. Ich sehe dann, okay, hier hat sich schon eine Unterstützung gebildet. Auch hier hat diese Linie, also diese adjustierte Unterstützungslinie, guten Support geboten und auch jetzt ist sie relativ spannend, ja. Ich gehe dann sogar noch einen Schritt weiter und ergänze diese Linie dann vielleicht um eine weitere, die ich durch dieses Tief hier unten ziehe, ja. Und siehe da, auch diese zusätzliche Unterstützungslinie hat hier unten einen unterstützenden Charakter gehabt, ja. Also das ist das, worauf ich hinaus möchte, ja. Denn in solchen Abwärtsbewegungen ist es natürlich relativ herausfordernd, eine gut funktionierende Linie zu nehmen, ja. Also eine solche Linie macht aus meinen Augen wenig Sinn, ja. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, hier unten irgendwo die ganze Zeit in Richtung 5.000, 6.000 Dollar zu planen. Das wäre mir hier zu steil, das wäre mir zu sehr in der Prognose-Fantasie, um das mal so zu sagen, ja. Das ist nicht so das, was ich im Hier und Jetzt verstehe. Okay. Also, ich versuche immer mit den Linien zu arbeiten, die mir plausibel erscheinen und das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Okay. Also, wir sehen diese beiden Ankerpunkte, ja, hier diese Ankerpunkt, versuchen wir mal ein bisschen kleiner zu machen, also ein bisschen zusammen hier, dass wir das noch ein bisschen kleiner machen. So, machen wir das mal, einmal. Und das kopieren wir jetzt, das ist der zweite Ankerpunkt, also das sind jetzt im Augenblick die beiden Ankerpunkte, die unsere blaue Linie hier unten speisen. Also, wir haben jetzt auf der Oberseite eine klare Definition und auf der Unterseite haben wir auch ein Niveau, das wir hier so ein bisschen abstecken können. Ja, also wir haben jetzt hier unten 13.500, den Bezugspunkt aus dieser Linie eben. Okay. So, und dann gehe ich her und verdichte und versuche hier Overlays zu finden und prüfe das Ganze hier dann auch nochmal durch, ja, also diese Abwärtstrendlinie kann gleichzeitig auch als Abwärtstrendkanal dann genutzt werden, hoch 1, hoch 2 und hier der Ankerpunkt, ja. Auch hier ist mir dieses Niveau ein bisschen zu weit unten, ja, mit 8 beziehungsweise 6.000 Punkten, das wäre die offizielle Parallellinie aus diesem steilen Kanal, ja, und von daher behelfe ich mir auch hier mit einem Zwischenretracement, ja, also ich gehe jetzt her und nehme das 0,764 Retracement, ja, 0,764 dieses Retracement und wir sehen, ja, durch Hinzuschaltung dieser zusätzlichen Linie haben wir hier über, aus diesem Kanal, aus dem 0,764 Retracement exakt hier unten das Tief erwischt, ja, also dieser Kanal als auch dieses Retracement sind sehr, sehr wichtig, wurden hier vom Markt angenommen. In Kombination mit dieser inversen Unterstützungslinie haben wir hier unten schon mal ein Päckchen, das relativ spannend ist, ja, also wir haben hier unten jetzt einen Support-Bereich, der um 13.500 Punkte liegt, wir gucken jetzt mal, ja, wo diese Linie denn vielleicht im September liegt, ja, also dann haben wir hier 8.000 Punkte, 8.000 US-Dollar und 6.000 US-Dollar, also das ist mir fast schon etwas zu tief. Ich würde hier irgendwo vielleicht zeitnah, ja, diese Levels hernehmen und sagen, okay, 13.500, wenn der Markt noch einmal Schwäche bekommt, kann ich mir vorstellen, dass er hier mal attackiert, ja, und sich dann vielleicht mal in Richtung Bodenbildungstendenz begibt. Das ist das, was ich vorhin meinte, ja, also wir werden wahrscheinlich, wenn der Markt noch einmal schwächer läuft, ein Tief markieren, dann eine volatile, vielleicht eine sich zuspitzende Situation bekommen, ja, und dann irgendwann im September, Oktober auf diese Abwärtstrendlinie treffen, ja, auf diese Abwärtstrendlinie treffen. Das wäre mal ein Plan, den ich für plausibel halte. Also, kurzfristig unter Umständen noch einmal ein Tief, also wenn der Markt noch einmal eine Schrecksekunde bekommen sollte, sehe ich hier unten im Bereich 13.550 Punkte eine sehr, sehr interessante Unterstützungslinie, ja. Wir können hier jetzt auch nochmal mit einer weiteren Unterstützungslinie arbeiten, ja, vielleicht können wir auch hier sagen 16.300 US-Dollar bis zu diesem Tief hier unten. Das wäre so ein Support-Dreieck, das ich mir vorstellen kann, für den Fall, dass der Bitcoin hier nochmal wirklich Schwäche bekommt, ja, also so würde ich das Ganze dann hier auch mal markieren wollen, ja, einfach, dass wir hier so ein bisschen ein Support-Cluster mal herausgearbeitet haben im Augenblick, ja, also wir können hier festhalten, vielleicht in der nächsten oder in der übernächsten Woche hier noch einmal eine Schrecksekunde, das ist möglich, ja, Angriff 16.400, vielleicht dann hier runter 13.800 US-Dollar, ja, irgendwo hier in dem Bereich könnten wir dann Unterstützung bekommen, eben aus den hergeleiteten Linien, so wie wir es gerade getan haben, ja. Und wenn wir dann auch nochmal das übergeordnete Level hinzunehmen, dann fällt halt auf, ja, wenn wir jetzt nochmal mit dem Retracement arbeiten von 0 bis 69.000 US-Dollar, ja, ändern wir hier noch kurz die Koordinaten auf die korrekten Levels und dann auch den Stil, ja, also das brauchen wir ja alles nicht, 0,764, hier, ups, bin ich jetzt gelandet, na, da bin ich irgendwo gelandet, wo ich eigentlich überhaupt nicht hinwollte, ne, ich wollte ja hier bleiben, so, da sind wir, okay, also wir wollten das hier nochmal gerade adjustieren, ja, also die Sachen hier nehmen wir raus, 0,764er und 0,85er, ja, das sind nämlich die letzten beiden oder zwei der Retracements, die halt hier dann auch noch zur Verfügung stehen, ja, und somit haben wir dann in der Konsequenz, ja, ein Unterstützungskluster aus Linien und Kanälen, das hier unten mit den Fibonacci-Marken 0,764 und 0,85 für eine weitere Zone sorgt, ja, also ich finde hier oben dieses, dieses Level, ja, 16.285 bis zu dieser Linie hier unten, exakt bis zu dieser 0,764er Linie, ich mache sie hier nochmal in einer, in einer wichtigen Alarmfarbe, wir nehmen hier mal grün, ja, idealerweise, also hier unten diesen Punkt, ja, 12.730, 13.682, 16.284, das ist hier unten sicherlich ein ganz, ganz wesentlicher Support-Bereich für den, für den Bitcoin. Okay, also das mal zum, zur Einschätzung Linien und Kanäle, ähm, um dann auch nochmal den, den Transfer zu machen, ähm, wir gehen hier mal ganz kurz in die, in die Indikatoren, ja, wir sehen hier zum Beispiel, lasst mich da nochmal kurz umstellen, so, ja, wir sehen hier einen veritablen Powerboost Short, ja, im Wochenchart, das hier unten ist der Thermosensor, unterhalb von Karma Load Tracker sind wir ohnehin momentan, ja, hier geht's runter momentan, also, ähm, was kann das bedeuten, ja, nicht, dass wir jetzt ewig und immer weiter fallen mit den Kursen, ja, aber dann sind wir irgendwann auf Null, wenn wir hier diesem Weg folgen, das natürlich nicht, aber, dass wir hier aufgrund dieser Bewegung im Thermosensor einen ordentlichen Bremsanker im Markt haben, ja, weil das kann durchaus hier halt auch noch eine Weile weiter runter gehen, das kann sich ziehen, ja, das kann sich ziehen, auch über eine Zeit hinaus, wo der Bitcoin vielleicht schon in eine Bodenbildungsphase eingetreten ist, ja, so kann das Ganze dann aussehen, dass wir irgendwo eine Bodenbildungsphase bekommen und dann irgendwann im Spätherbst hier einen ernst gemeinten Angriff bekommen, ja, auf unserer Abwärtstrendlinie, ja, also, dass wir zunächst einmal, wenn der Markt wirklich nochmal ernst macht, noch einmal ein Tief bekommen, ja, ich sag mal, ab 16.500 US-Dollar müssen wir sehr, sehr genau aufpassen, ja, jederzeit können Tiefs jetzt in den Markt hineinkommen, ja, 16.500 Dollar, dort geht's los, meiner Einschätzung nach, also, Tief, dann aufgrund der doch erheblich eingetrübten Indikatoren erst einmal eine Stabilisierungsphase, in der es ein bisschen wilde Schwinge gibt, ja, dass es hier wild hin und her geht und dann irgendwann in Richtung Oktober ernsthafter Angriff, ja, also die Möglichkeit auf einen ernsthaften Angriff hier auf diese Linie, ja, auf die Abwärtstrendlinie, ja, dass der Markt dann hier versucht, über dieses Level anzusteigen bei ca. 21.000 US-Dollar, dort verläuft die Linie dann im Oktober, ja, das können wir uns hier über die entsprechenden, über die entsprechenden Tracker auch genau anschauen, ja, also so verfahre ich da immer im Workflow, ja, ich ziehe hier halt immer mit dieser Linie so ein bisschen weiter runter und jetzt können wir mal gucken, hier Ende Oktober, 31. Oktober, wo wir die Linie genau hätten, ja, nämlich ziemlich genau hier dann bei 19.052 US-Dollar, ja, also die ist dann schon ordentlich runtergekommen und vielleicht hat der Bitcoin dann auch hier sein Tief gesehen, sein Korrekturtief, ja, unter Umständen dann hier schon eine schwankungsintensive Phase gesehen, die sich dann hier so ein bisschen zuspitzt und dann hier Breakout Attempt, Retest, ja, und dann auch mal wieder die andere Seite nach oben konkretisiert. Also, es war mir eine Freude, euch jetzt hier abzuholen in diesem etwas längeren Video. Wir bleiben da am Ball, ja, also ich werde mich Richtung Ende der Woche nochmal mit einem taktischen Update bei euch melden. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erst einmal einen schönen restlichen Montag. Herzliche Grüße hier vom Live-Analyse-Desk in Köln von eurem Investor-Guard Thomas Jansen. Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Kösети